Wir haben ja eine große Aufgabe. Alle die, die heute leben, die alle meinen, verzweifeln zu müssen und denken, die Welt geht unter. Die Welt geht nicht unter, sondern eine bestimmte Epoche der Zivilisation geht zu Ende. Nämlich eben diese nekrophile Zivilisation, die alles beherrschen, alles ausnutzen, alles ausbeuten. An jeder Stelle muss eine lebensfreundliche Zivilisation treten und die müssen wir, diese Generation und die nächste vorbereiten. Tja, ich hab es in Liedern versucht und in Diskussionen, hab leider auch schnell festgestellt, dass sich das nicht lohnt. Entweder es hören nur die zu, um die es sich dreht, oder es hören nur die zu, die es verstehen. Du findest selben Menschen, die in den Liedern das sehen, was sie sind, nämlich ein Spiegel vom Leben. Bin ich jetzt ein Idiot, wenn ich weiß, dass es sich nicht lohnt, zu versuchen, die Welt zu verändern und's trotzdem tut? Ich denke nein, denn irgendwann ist einer dabei, der mich aus der Seele spricht, der sich einfach befreit. Während ich selber noch im Käfig sitz und weitermucke schreib, nix verdien und alle fragen, wieso bleibt er denn dabei? Ich mach's für diesen einen Menschen, diese Person, denn wenn sich nur einer verändert, hat sich vieles gelohnt. Wenn dadurch ein Junge anfängt, das System zu sehen, wenn nur ein schüchternes Mädchen anfängt, sich als schön zu sehen. Und wenn deine Familie immer noch ihr Kind hochhält, ist das der Sinn in dem, was ich tu? So empfind ich selbst, ich send ein S-O-S-O-S-O-S. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen gäbe. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist Vertrauen. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen gäbe. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist Vertrauen. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S. So muss ich diesen Track jetzt schreiben, mit dem Rack gelässt. Yes, mir ist schon klar, dass ich als Rapper nicht die Welt retten kann. Doch wenn dieser Track dir Backup gibt und das Gefühl, dass du nicht der einzige Depp hier bist, der an das Gute glaubt und der noch Wut im Bauch, spürt und deshalb nicht fähig ist, dem Treiben einfach schweigend zuzuschauen. Mute und taub an der Seite zu stehen und ich dieser Song ermuntert, wieder weiter zu gehen. Muss ich dies hier nicht als umsonst und als gescheitert ansehen. So viele scheitern im Leben, weil sie sich weigern zu sehen. Sind zu feige, bequem und wollen anstatt die Freiheit zu wehen. Lieber bleiben im Käfig, jo ich weiß, tut weh. Doch ist es nötig, durch die Scheibe zu gehen, in den Spiegel zu schauen und anzufangen bei den eigenen Problemen, wie Michael erzählt, damit endlich das Leiden vergeht. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen geht. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist Vertrauen. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen geht. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist der Glauben. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen geht. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist der Glauben. Aus allen Ecken schreit, das S-O-S, obwohl es für alle Menschen was zu essen geht. Genügend Wasser, genügend Raum, doch was uns fehlt, das ist der Glauben. Genügend Wasser, 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 gen